Willkommen zum CitizenCon 2951 Panel mit dem Titel Gen 12 und der Multicore von Vulkan. Alistair Brown, Director of Graphics Engineering bei Cloud Imperium Games, erzählt uns in diesem Beitrag über Gen 12, CRGs neuen Multicore-Renderer. Neben Ali werden auch Christopher Bolte, CRGs Core Engine Architect und Daryl Barnes, Grafikprogrammierer, zu Wort kommen. Und heute werden wir über die Notwendigkeit eines neuen Renderers erfahren, die Architektur und wie er aufgebaut ist, Vulkan, die Backend API, die CRG verwendet und den Fortschritt, den sie bis jetzt gemacht haben und dann, was als nächstes für das Grafikteam ansteht. Außerdem habe ich ein paar Zusatzerklärungen eingebaut, entweder auf der Tonspur oder auch unten als kurze Erklärung eingeblendet, wie hier für die API, für die Programmierschnittstelle. Was ist Gen 12? Um die Notwendigkeit des Gen 12 Renderers zu verstehen, möchte Ali zunächst einen Blick auf die Struktur von CRGs bestehenden Renderer werfen, um zu verstehen, worin sich der neue Renderer unterscheiden wird. Hier sehen wir also ein sehr vereinfachtes Diagramm der Gesamtarchitektur. Auf der linken Seite sehen wir die 3D-Engine, die alle sichtbaren Objekte in der Szene verwaltet, zum Beispiel ihre Positionen und ihre Größen, und die letztendlich für die Auswahl dieser Objekte und die Entscheidung darüber verantwortlich ist, was in jedem Bild an den Renderer gesendet werden soll. Und die Aufgabe des Renderers ist es natürlich, das Bild am Ende eines Frames auszugeben. Um dies zu tun, um diesen Prozess zu verwalten, müssen all diese Objekte durch eine einzige universelle Pipe laufen, diese Informationsleitung in der Mitte. Das hat zur Folge, dass jedes Objekt eine bestimmte Menge an Einstellungen, Anweisungen und Definitionen durchlaufen muss, um zu beschreiben, wie es konfiguriert werden soll, im Diagramm durch diese Schalter dargestellt. Diese Art von Design scheint auf den ersten Blick sehr flexibel zu sein, da man mit dieser universellen Pipe sehr einfach bestimmte Einstellungen vornehmen kann und für jedes Objekt ein ganz anderes Ergebnis erhält. In Wirklichkeit ist es aber so, dass sowohl die Objekte als auch der Renderer extrem kompliziert werden, weil sie diese Liste von Anweisungen entschlüsseln und diese Objekte durch die verschiedenen Pipelines und Stufen innerhalb des Renderers verteilen müssen. Und das muss für jedes Objekt, für jedes Bild und jedes Frame geschehen. Und dieses Entschlüsseln führt zu einem erheblichen Leistungsproblem. Außerdem wird der Renderer dadurch ziemlich unflexibel, weil es kompliziert und schwierig ist, die Architektur zu ändern. Wie unterscheidet sich nun CRG Scan-12-Renderer von diesem hier skizzierten Standard-Renderer? Nun, die Methodik, die CRG anwendet, besteht darin, alles so eindeutig wie möglich zu machen. Und sie versuchen, all diese redundanten Verbindungen, Schalter und Konfigurationsoptionen zu minimieren und alles viel schlanker zu gestalten. Um das zu erreichen, kommuniziert jedes Objekt in der Spielwelt direkt mit dem Render-Pass, der für das Zeichnen des Objekts zur Startzeit verantwortlich ist. Wenn das Objekt also zum ersten Mal gespawnt wird, kommuniziert es direkt mit dem dafür zuständigen Pass und konfiguriert alles, was möglich ist, zu diesem Zeitpunkt vor. Dies hat eine Reihe von Vorteilen. Da der Renderer direkt mit dem Objekt kommuniziert, das er rendert, muss er sich nicht um all die anderen Rendering-Systeme kümmern. Am Ende erhalten wir einen viel begrenzteren Satz von Parametern, sowohl für das Objekt als auch für den Rendering-Pass. Und plötzlich haben wir einen relevanten Task. Eine relevante Aufgabe, was die Dinge viel weniger kompliziert macht und es einfacher zu optimieren ist, flexibler und modularer macht. Jeder dieser Durchläufe generiert dann Low-Level-Befehle, die direkt auf der Graphics-API abgebildet werden, d.h. auf der Software, die direkt über dem GPU-Treiber sitzt. Und dieses Backend sammelt all diese Anweisungen und führt sie aus. Da dieses Backend kein High-Level-Wissen über das Rendering hat, sondern einfach nur Befehle ausgibt, ist es sehr einfach und schlank und viel einfacher als das Äquivalent des alten Renderers. Der Vorteil dieses einfachen Programm-Codes ist es, dass es viel einfacher ist, Multi-Threading zu betreiben, d.h. auf mehreren CPU-Kernen parallel laufen zu lassen, was für moderne CPUs entscheidend ist. Multi-Threading ist ein komplexes und oft missverstandenes Paradigma. Daher wird es uns nun erklärt, wie CIG Multi-Threading-Code optimiert. Alley wird dafür eine Analogie zum Bau eines Hauses verwenden, was eine weitere komplexe technische Aufgabe mit Abhängigkeiten ist. Hier sehen wir also eine Liste von Aufgaben für einen Baumeister, einen Tischler und einen Elektriker und die Abhängigkeiten zwischen ihnen sind in rot dargestellt. Und in diesem Beispiel ist das Haus gleichbedeutend mit dem Rendering eines Frames. Jeder Handwerker könnte ein anderes System sein. Und dann entspricht die Kapazität von drei Personen in unserem Haus den drei CPU-Kernen, die wir in unserem System haben. Und die Belegung, also die durchschnittliche Anzahl der Personen im Haus, ist praktisch dasselbe wie die CPU- und GPU-Auslastungszahlen, die wir im Task Manager sehen können. In diesem Beispiel können wir also sehen, dass das Projekt elf Zeiteinheiten benötigt und das Haus im Durchschnitt zu 60 Prozent ausgelastet ist. Diese Auslastung von 60 Prozent ist nicht der unmittelbare Grund dafür, dass das Projekt elf Jahre dauert, sondern der kritische Arbeitspfad, bei dem der Baumeister den Tischler blockiert und der Tischler wiederum den Elektriker blockiert. Die offensichtliche Antwort ist also, dass wir einen weiteren Baumeister oder mehrere Baumeister brauchen, die parallel daran arbeiten, um die Blockade des Tischlers zu lösen und so weiter. Wir können diese Arbeit immer weiter parallelisieren, um den kritischen Pfad zu reduzieren. Und darauf konzentriert sich CIG bei der Optimierung von Multi-Threading-Code. Allerdings sind nicht alle Aufgaben simpel parallel auszuführen und manchmal ist es sogar unmöglich. Am Ende haben wir dann diese nicht zugewiesenen Kapazitätsräume, die sogenannten Blasen. Und in diesem Fall, wenn wir uns vorstellen, dass der Elektriker in Wirklichkeit unsere GPU ist, dann führt das zu der Tatsache, dass es länger dauert und das führt zu einer CPU-Blase. Und das ist ein unvermeidlicher Vorgang. Sowas passiert sehr häufig, wenn wir zum Beispiel eine Konfiguration mit einer sehr schnellen GPU und einer sehr langsamen CPU haben, dann wird unvermeidlich eines der beiden Systeme eine Blase haben. Das heißt, einen Kapazitätsfreiraum, in dem in diesem Fall die CPU dann Däumchen dreht und nichts zu tun hat. CIG kann diese Blasen mit unkritischen Berechnungsaufgaben wie dem Streamen von Meshes oder Texturen füllen. Und das kann helfen, diese Blasen, diese ungenutzten CPU-Kapazitäten zu füllen. Das kann nützlich sein, um zusätzliche Arbeit zu erledigen, aber letztlich wird es die Leistung eines Frames nicht verbessern. Elli möchte damit sagen, dass die CPU- und GPU-Auslastungen, die oft als Schlüsselindikatoren für die Leistung angesehen werden, eigentlich nicht das sind, worauf CIG achten möchte. Sie sind nützliche Analysewerte, aber letztendlich ist die Frame-Zeit das Einzige, was zählt, und der kritische Pfad, der zu dieser Frame-Zeit führt. Wenn CIG Gen 12 rausbringt, werden sie hoffentlich einige neue Statistiken einbauen können, die den Spielern ermöglichen werden, die Leistungswerte zu verstehen und diese Leerlaufblasen zu verstehen. Und das sollte hoffentlich einen etwas klareren Einblick in die Leistung des Renderers geben. Wie wird also diese Parallelität in der Praxis erreicht? Das wird auf zwei große Veränderungen hinauslaufen. Die eine sind die architektonischen Änderungen, die Christopher uns erläutern wird. Und die zweite ist die Vulkan-Grafik-API, die Daryl uns erläutern wird. Christopher Bolte ist Core-Engine-Architect hier bei Cloud Imperium Games. In den nächsten paar Minuten wird er uns die High-Level-Architektur des in Entwicklung befindlichen Gen 12 Renderers vorstellen. In diesem Abschnitt wird sich Christopher auf das Rendering von Objektinstanzen in der Spielwelt konzentrieren, zum Beispiel Stühle, Welten, Charaktere oder Raumschiffe. Dieser Teil der Rendering-Pipeline wird Szenen-Objekt-Rendering genannt und hat den größten Einfluss auf die Laufzeit-Performance, auf die Runtime-Performance. Es gibt eine Menge Arbeit an der Architektur, um Operationen zu verwalten, die ablaufen, wenn alle Pixel auf dem Bildschirm sind, sogenannte Post-Effekte. Aber Chris wird diese hier nicht besprechen. Die aktuelle Folie zeigt den Aufbau von CRGs bestehenden Renderer-Kern. Wir sehen einen Haupt-Thread, der die gesamte Spielsimulation durchführt und auch herausfindet, welche Objekte er für jedes Bild zeichnen soll. Und wir sehen einen Render-Thread, der all diese Objekte nimmt und die Beschreibung in GPU-Befehle übersetzt, um sie auf dem Bildschirm zu rendern. Das System ist so eingerichtet, dass die Daten doppelt gepuffert werden. Mit anderen Worten, die Renderer arbeiten nur mit den Daten des vorherigen Frames, während der Haupt-Thread die Daten für das nächste Frame produziert. Ein solcher Aufbau ermöglicht in manchen Situationen eine leichte Leistungssteigerung, hat aber auf moderner Hardware zwei Probleme. Erstens wird der Rendering-Code nicht über mehrere CPU-Kerne skaliert, was zu einem Engpass bei der Ausführung führen kann. Mit anderen Worten, jedes sichtbare Objekt verursacht gewisse Kosten und je mehr Objekte das System rendert, desto höher sind die Performance-Kosten. Und da eine einzelne CPU alle diese Daten verarbeitet, wird sie, egal wie gut die Optimierung ist, bei einer bestimmten Objektanzahl auf Leistungsprobleme stoßen. Zweitens, da der Haupt-Thread und der Render-Thread mit V-Sync synchronisiert werden müssen, kann das System mit seiner sehr schlechten Lastverteilung ins Schleudern geraten, ins Stocken geraten. Wenn der Haupt-Thread länger braucht als der Render-Thread, muss der Render-Thread im Leerlauf sein und auf den Haupt-Thread warten, hier die roten Balken und natürlich auch umgekehrt. Bei solchen Wartezeiten wird die CPU nicht ausreichend ausgelastet, insbesondere wenn man auf den Single-Core-Render-Thread wartet. Ein Ziel für den Gen12-Renderer ist es deshalb, diese Art von Engpässen zu beseitigen und stattdessen Texturen zum System hinzuzufügen, ohne dass diese Wartezeiten entstehen und jeder Vorgang alle CPU-Kerne nutzen kann. Wenn der Renderer alle CPU-Kerne nutzt, würde das System immer noch ein Objektlimit haben, da jedes sichtbare Objekt verarbeitet werden muss. Aber CRG kann eine hohe Anzahl von Objekten verarbeiten und gleichzeitig die Latenz auf dem Haupt-Thread reduzieren, bis alle Objekte verarbeitet sind. Damit werden sie die modernen Multi-Core-CPUs wesentlich besser auslasten können. Schauen wir uns einige Details an. Denkt daran, dass die Größe der Abschnitte gewählt wurde, um die Kosten den Berechnungsaufwand zu visualisieren. Verhältnis und Größe entsprechen nicht unbedingt demselben Verhältnis bei den CPU-Berechnungskosten. Betrachtet man die Kosten der vom Rendering-Thread durchgeführten Operationen, wird schnell ein Muster deutlich. Jedes gerenderte Objekt beansprucht ähnliche Kosten. Dies wird als Draw Call, als Zeichenaufruf, bezeichnet. Für jeden Draw Call wird ein Teil der Zeit in CRGs eigenem Renderer-Code und ein Teil im CPU-Treiber-Code verbraucht. Auf der nächsten Folie wird der gesamte Code-Prozess behandelt, sowie die nächsten Schritte, um die zwölf Kernkosten aus dem Render-Thread auf mehrere CPU-Kerne zu verlagern. CRG hat bereits ein gewisses Maß an Parallelisierung auf dem Haupt-Thread, der verwendet wird, um herauszufinden, welche Objekte sichtbar sind. Sie haben ihr Batch-Worker-Job-System verwendet. Dabei handelt es sich um ein Parallelisierungssystem zur Ausführung des selben Codes auf verschiedenen Objektinstanzen aller CPU-Kerne. Um ein Beispiel zu nennen, die Überprüfung von 400 Objekten kann auf 10 Threads verteilt werden. Jeder Thread verarbeitet somit 40 Objekte. Dadurch wird die Latenzzeit auf dem Haupt-Thread, bis alle 400 Objekte abgearbeitet sind, durch die Anzahl der Threads geteilt, was die besagte Latenzzeit auf nur 40 Objekte reduziert. Zumindest grob, da im tatsächlichen System mehrere Low-Level-Faktoren die Ausführung beeinflussen. Was bedeutet Low-Level? Höhere High-Level oder niedrigere Low-Level-Programmiersprache wird oft in Bezug auf Hardware-Ferne bzw. Hardware-Nähe verwendet. Low-Level bedeutet demnach Hardware-Nah, direkt an der Hardware. Damit ist man eigentlich nur mit der Maschinensprache unterwegs. Hier kann man ohne Verrenkungen direkt auf jede Speicherzelle und jede Ein- und Ausgabeadresse zugreifen. High-Level-Sprachen hingegen sind dafür aufgebaut, auf möglichst vielen Plattformen eingesetzt zu werden, müssen somit quasi abstrakter sein, was auf der anderen Seite Performance kostet. In diesem Fall des Beispiels von Christopher Bolte sind die Low-Level-Faktoren, also die Hardware-Nahen-Faktoren diejenigen, die dieses Szenario, was er uns gerade skizziert hat, beeinflussen. Und das ist aber etwas, was er im Rahmen dieser Präsentation nicht besprechen kann, weil das den Rahmen der Präsentation sprengen würde. Die Sichtbarkeitsprüfung selbst erfolgt mehrmals pro Objekt in einem Frame, da ein Objekt in der Hauptkamera sichtbar sein kann, aber auch im Schatten oder über das Remote Location Rendering, das sogenannte Render-to-Texture oder RTT-Rendering sichtbar sein kann. Die Folie zeigt diese Durchläufe in vereinfachter Form, da das System zum Beispiel mehr als einen Schattendurchlauf haben kann. Diese Sichtbarkeitsprüfungen oder Culling Operations werden mit dem Batch-Worker-System auf allen CPU-Kernen durchgeführt. Wenn ein Objekt als sichtbar eingestuft wird, wird seine Rendering-Beschreibung in mehrere temporäre Buffer kopiert. Diese temporären Puffer werden im nächsten Rendering-Thread-Frame verarbeitet, um alle Objekte lokal an die GPU zu übermitteln. Mit anderen Worten, das Object-Culling ist bereits an einem Punkt angelangt, an dem CIG die Draw-Call-Verarbeitung haben möchte. Im Moment befindet sich CIG in der ersten Implementierungsphase. Sie haben ihre Low-Level-Code-Bausteine erstellt, sichergestellt, dass die APIs funktionieren und sind nun dabei, CIGs eigenen Render-Code aus dem Render-Thread in die bestehende Batch-Work-Ausführung zu verschieben. Das ist eine sehr zeitaufwendige Überarbeitung, da CIG jedes Rendering-Feature in einer sehr alten und großen Code-Basis ändern muss. Aber sie haben es so eingerichtet, dass sie sich schnell Schritt für Schritt vorwärts bewegen können. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird immer noch ein Zustand in einen temporären Puffer kopiert, der dann vom Render-Thread verarbeitet wird. Der kopierte Zustand wird jedoch so aufbereitet, dass er mit minimaler Verarbeitung im Render-Thread direkt an die GPU gesendet werden kann. Dieser Schritt bringt für CIG bereits Leistungsvorteile, wenn sie an den Render-Thread gebunden sind, da weniger Code auf dem Render-Thread ausgeführt werden muss. Außerdem ist das ein notwendiger Schritt für die nächste Phase. Nachdem CIG es geschafft hat, den eigenen Rendering-Code auf mehrere CPU-Kerne zu verlagern, wird das Unternehmen beginnen, die Arbeits-API zu nutzen. Ein wichtiges Verkaufsargument der neuesten Generation von Grafik-APIs wie Vulkan ist die Möglichkeit, GPU-Befehle auf mehreren Threads zu erzeugen. Das ist etwas, was vorher nicht möglich war. Um dies zu erreichen und eine effiziente parallele Generierung von GPU-Befehlen zu ermöglichen, müssen die Daten auf eine bestimmte Weise aufbereitet werden. Und genau das wird derzeit im Rahmen der Portierung des Szenen-Objekt-Renderings auf Gen 12 und der Verlagerung des Render-Codes auf das Batch-Worker-System getan. Wenn das erledigt ist, können sie ein parallel arbeitendes Backend implementieren und den Render-Thread entfernen. Nach Abschluss all dieser Arbeiten sollte CIGs Renderer in der Lage sein, eine sehr hohe Anzahl sichtbarer Objekte zu verarbeiten, ohne die Frame-Zeit zu beeinträchtigen. Gleichzeitig werden die verschiedenen CPU-Ressourcen besser genutzt und es gibt weniger Leerlaufzeiten, wenn wichtige Systeme aufeinander warten. Daryl wird nun die Vorstellung der Arbeiten innerhalb des Gen 12-Renderers übernehmen. Daryl ist Grafikprogrammierer bei Cloud Imperium. Was genau ist Vulkan? Nun, Vulkan ist eine moderne Grafik-API, die es den Entwicklern von CIG ermöglicht, eine größere Kontrolle über das zu haben, was wir Spieler sehen und die auch die Leistung stark beeinflusst. Wie wir gelernt haben, gibt es bei CIG bereits einige Engpässe bei der CPU. Aber das Design von Vulkan erlaubt es CIG, diese Engpässe zu mindern, indem die Arbeit parallel an die GPU übertragen wird. Daryl wird ein wenig mehr über den Software-Stack erklären, der mit unserer Grafik in der Engine zu tun hat. Ein Software-Stack ist ein Stapel von aufeinander aufbauenden Software-Paketen, die dann als Plattform die Ausführung einer gemeinsamen Anwendung oder eines gemeinsamen Spiels unterstützt. Auf dem Bild hier können wir sehen, dass es ein Renderer-Frontend, ein Renderer-Backend und den Grafiktreiber gibt. Die Vulkan-API befindet sich im Allgemeinen im Renderer-Backend und ermöglicht eine fein detaillierte Kontrolle darüber, was CIG entwickelt und wie sie es entwickeln. Es gibt CIG auch die Flexibilität für plattformübergreifende Anwendungen einschließlich Windows und Linux und alles, was sie in Zukunft noch in Betracht ziehen möchten. Die Grafiktreiber-Stage wird nicht von CIG verwaltet, aber sie sehen sich das an, sammeln Informationen und bearbeiten alle Abstürze oder Probleme, die auftreten können. Und dann können sie sich im weiteren Verlauf mit diesen Problemen befassen. Wir können jetzt sehen, wie sich die Grafik-APIs im Laufe der Zeit, von links nach rechts gelesen, verändert haben. Sie haben sich natürlich im modernen Bereich weiterentwickelt, wo Vulkan im Wesentlichen mit anderen APIs wie DirectX 12 Ultimate gleichgestellt ist. Wir fragen uns vielleicht auch, was CIGs Grafik-API eigentlich ist und Sie sehen das als ein Tool, das für die Entwicklung verwendet wird, das eine Schnittstelle zwischen unserer Grafikkarte als Spieler und CIG als Entwickler bilden kann, damit sie uns das Neueste und Beste bieten können. Vulkan verfügt außerdem über viele Funktionen und Erweiterungen, die sie in Zukunft erforschen werden, wie zum Beispiel Variable Rate Shading, Bindless Resources und GPU-beschleunigtes Rate Tracing. Um etwaige Probleme zu beheben, müssen sie auch Daten von der Hardware der Spieler sammeln, damit sie diese nutzen können, um spezifische Funktionen und Erweiterungen zu entwickeln. Sie kennen keine groß angelegten Multiplayer-Spiele, die Vulkan-Daten auf genau dieselbe Art und Weise erfassen wie CIG. Die Erfassung dieser Daten ermöglicht es, CIG-Optimierungen im Voraus zu planen und diese dann für die große Mehrheit der Spieler zu nutzen, damit sie uns das Neueste und Beste bieten können, wie gesagt. Auf dem Bildschirm ist gerade ein Diagramm zu sehen, das die Verteilung der Vulkan-API-Versionen unter den derzeit aktiven Spielern zeigt. Dieses Diagramm wurde in den letzten drei Monaten erstellt. Wie wir sehen können, sind 98 Prozent der Spieler in der Lage, Vulkan in Version 1.2 vollständig zu nutzen. Wir können hier eine vernachlässigbare Menge von 1 Prozent und einige, die nicht verfügbar waren, sehen. CIG untersucht diese Fälle aktiv, insbesondere diejenigen, die Vulkan derzeit nicht nutzen können, da es als nicht verfügbar angesehen wird. Hier nutzt Daryl die Gelegenheit, um uns auch nochmal mitzuteilen, dass ihr bitte eure Treiber auf die neueste Version aktualisieren solltet, weil alleine das schon die Nutzung von Vulkan ermöglichen kann. Des Weiteren möchte er nun etwas mehr über den Render Graph erklären und wie dieser Hand in Hand mit der Vulkan-API arbeitet, um CIGs Nutzung von Vulkan zu verbessern. Ein Render Graph kann als eine Sammlung von Phasen betrachtet werden, die voneinander abhängen. Dies bestimmt dann die Reihenfolge, Planung und Ablauf des eigentlichen Frames. Es ermöglicht es CIG auch, jegliche Synchronisation zu erreichen, die während dieses Frames erforderlich ist. Es hilft CIG auch aus der Sicht des Designs, da sie den Render Graph betrachten und sehen können, wo es Probleme oder potenzielle Optimierungen geben könnte. Der Render Graph ermöglicht es CIG zudem, den Status von Ressourcen zu verfolgen und diese Ressourcen zu validieren. Jetzt erklärt Daryl den Render Graph als Ganzes und gibt uns einen Überblick darüber, wie er zwischen der GPU und auch in Bezug auf unseren Frame funktioniert. Ein Frame besteht aus einer Sammlung von Durchläufen und manchmal muss eine Textur ihren Zustand wechseln, vielleicht zwischen Lesen und Schreiben. Früher hat das der Grafiktreiber gemacht, aber jetzt mit modernen APIs wie Vulkan muss CIG diese Arbeit selbst erledigen. Der Render Graph fügt dann eine Pipeline-Barriere in den Render Graph ein und gibt diese Arbeit an die GPU weiter, um den Status zu wechseln. Sie können den Render Graph auch zwischenspeichern und alle Daten aus einem vorherigen Frame oder ähnliche Ressourcen als Optimierung verwenden. Daryl wird nun ein wenig über die Synchronisation sprechen, die innerhalb des Render Graphen stattfindet und darüber, wie Ressourcen ihren Zustand ändern. Die Idee ist, dass CIG den Zustand einer Ressource so früh wie möglich ändern möchte. Sie müssen dann auch validieren, dass sich diese Ressourcen im richtigen Zustand befinden. Aus dem Diagramm geht hervor, dass der DevPrePass die Tiefenvorberechnung in Bild A schreibt. DevPrePasses, Tiefenvorberechnungen, sind eine gängige Technik bei der Entwicklung von PC- und Konsolenspielen. Sie wird zum Beispiel in Szenarien verwendet, in denen es potenziell viele Drawcalls und teure Fragmentshader gibt. Ziel dieser Tiefenvorberechnung ist es, die Tiefe für eine gesamte Geometrie schnell festzulegen, ohne dass Berechnungsaufwand für die Schattierung aller einzelnen Fragmente eines Objekts anfällt. Der Farbschattierungsdurchgang, der auf den PrePass folgt, schattiert anschließend nur die Fragmente, bei denen die Tiefenwerte genau übereinstimmen. Dieser PrePass findet also für Bild A statt. Später müssen Sie jedoch aus Bild A im G-Buffer lesen, anstatt jedes Objekt der Szene für jeden Lichtpass neu zu rendern. Was ist ein G-Buffer? Anstatt jedes Objekt einer Szene für jede Lichtsituation neu zu rendern, werden zunächst für jeden Pixel alle beleuchtungsrelevanten Daten, zum Beispiel 3D-Positionen, normale Texturfarben etc., in ein oder mehrere Render-Targets, sogenannte G-Buffer, zwischengespeichert. Wie gesagt, die Tiefenvorberechnung findet für Bild A statt und später muss man aus dem Bild im G-Buffer lesen. Zu diesem Zweck wird eine Pipeline-Barriere für diesen Übergang zwischen den beiden Durchläufen eingefügt. Diese Barrieren werden als GPU-Arbeit geplant und folgen einer strikten Reihenfolge, die von einer anderen Arbeit abhängt, die zuvor stattgefunden hat. Die gesamte Arbeit für eine einzelne Phase innerhalb eines Frames kann in einer einzigen Pipeline-Barriere ausgeführt werden. Bevor wir jetzt in diesem technisch sehr komplexen Thema weiter vorangehen, möchte ich, um euch das Verständnis zu erleichtern, einige der Begriffe erklären, die gleich im Folgenden auftauchen werden. Ein Compiler, ein Kompilierer, ist ein Übersetzungsprogramm, das den Quellcode eines in einer höheren Programmiersprache abgefassten Quellprogramms in eine Maschinensprache übersetzt. Dateien mit maschinenlesbarem Programmcode sind dann direkt auf einem Computer ausführbar, sogenannte ausführbare Executive-Dateien, die in der Welt von Windows eine Exe-Datei sind. Shader Ein Shader ist ein Begriff aus dem Bereich der Computergrafik. Ein Shader ist ein kleines Softwareprogramm, das ursprünglich für die Schattierung in 3D-Szenen verwendet wurde. Hierdurch konnten die richtige Menge an Licht, Dunkelheit und Farbe in einem Bild mit Rendering-Effekten sichergestellt werden. In der heutigen Zeit können Shader eine Vielzahl an Funktionen erfüllen. Es gibt 2D-Shader, 3D-Shader, Vertex-Shader, Geometrie-Shader, Tessellierungs-Shader und so weiter. Ein Beispiel. Die CPU sendet paketierte Arbeitsanweisungen und geometrische Daten zur GPU. Die GPU berechnet mithilfe des Vertex-Shaders die Eckpunkte der geometrischen Struktur. Der Geometrie-Shader berechnet die Geometrie und verändert sie zur Zielform. Die berechnete Zielgeometrie wird trianguliert, also in Dreiecke unterteilt. Der Tessellierungs-Shader verfeinert diese Geometrie, indem er die Dreiecke immer weiter unterteilt. Die feinsten Dreiecke werden mit dem Fragment-Shader modifiziert. Anschließend wird der Sichtbarkeitstest, der sogenannte ZZ-Test, durchgeführt. Und wenn der positiv ist, dann erfolgt ein Schreibvorgang in den Frame-Buffer. HLSL bedeutet High-Level Shading Language und ist eine für DirectX entwickelte Programmiersprache, die für die Programmierung von Shader-Bausteinen eingesetzt wird. Ein Shader soll eigentlich möglichst hardware-nah arbeiten, was lange die Verwendung von Assembler nötig machte. Die Programmierung mit der Sprache Assembler ist jedoch fehleranfällig und vom Hardware-Hersteller abhängig. Diesen Umstand sollen High-Level Shading-Programmiersprachen beheben. Sie stellen hochsprachliche Strukturen zur Verfügung, die die Programmierung vereinfachen. Ein Compiler übersetzt den Code der Hochsprache in Maschinensprache für den Grafikprozessor. Die DirectX-spezifische Hochsprache HLSL wird zur Laufzeit der Applikation von der DirectX-Bibliothek mithilfe des Grafiktreibers in die für die aktuelle Grafik-Hardware geeignete Assembler-Sprache übersetzt. Unterschiedliche Shader für Nvidia- oder AMD-Grafikkarten sind damit nicht mehr notwendig. Spear V Die Vulkan-Grafik-API erfordert, dass alle Shader im Spear V-Format dargestellt werden. Spear V ist die Abkürzung für Standard Portable Intermediate Representation und ist eine Zwischensprache für parallele Berechnungen und Grafiken, entwickelt von der Kronos-Gruppe, die ursprünglich für die Verwendung mit OpenCL entwickelt wurde. Spear wurde im März 2015 in Spear V umgeschrieben. Wichtig ist zu wissen, dass Spear V es der Vulkan-API ermöglicht, jede Shading-Sprache zu verwenden, einschließlich GLSL und HLSL. Spear V kann mit Spear V-Cross in mehrere Shading-Sprachen kompiliert werden, sodass diese Sprachen untereinander konvertiert werden können. Spear V ermöglicht es somit den Entwicklern, jede erdenkliche Art von Shader selbst zu schreiben in jeder beliebigen Sprache, solange diese nach Spear V kompiliert werden kann. Mehrere APIs zu unterstützen und nicht zuletzt ist es eine einfache, regelmäßige Sprache, die sehr effizient ist. Und das letzte Thema, der DirectX Shader Compiler, ist ein Compiler zum Kompilieren von High-Level Shader Language, HLSL, in Spear V. Gehen wir zurück zu Daryl, der uns gerade gesagt hat, dass die gesamte Arbeit für eine einzelne Phase innerhalb eines Frames in einer einzigen Pipeline-Barrier ausgeführt werden kann. Daryl spricht nun über einige der nuancierteren Bereiche der Vulkan-Implementierung und wie sich dies auf CRG als Entwickler und uns als Spieler auswirkt. Sie verwenden den DirectX Shader Compiler für ihre Shader. Und dieser kann ihren HLSL-Code in Spear V kompilieren. DXC, also der DirectX Compiler, ist ein moderner Compiler und verfügt über Funktionen, die sowohl die DirectX 3D-APIs als auch Vulkan umfassen. HLSL ist eine Shader-Programmiersprache, die Sie als Entwickler nutzen und lesen können, um die Arbeit auf unserer GPU zu erledigen. Dieses HLSL wird dann in Spear V kompiliert. Spear V selbst ist nicht so gut lesbar, da es eine Zwischensprache ist zwischen HLSL und Shader Micro-Code. Mit Spear V haben Sie zur Kompilierungszeit weniger Treiber-Overhead. CRG kann dies dann nutzen, um ihre Shader-Module in Vulkan zu erstellen und jeden Toten-Code zu eliminieren. DXC bietet außerdem das Shader-Modell 6. Shader-Modelle haben sich im Laufe der Zeit in HLSL weiterentwickelt, wobei das Shader-Modell 6 nun Sprachunterstützung für GPU-Parallelität sowie Variable Shading Rates und viele andere Funktionen bieten. Also Variable Shading Raten und viele andere Funktionen. Hier sehen wir nun ein Diagramm, wie die Shader-Kompilierung bei CRG abläuft. Sie beginnt mit dieser Shader-Author-Ebene. Hier schreibt einer von CRGs vielen Entwicklern einen Shader mit HLSL-Code, in den etwas Markup integriert ist. Diese HLSL wird dann an den Prä-Prozessor weitergegeben. Ein Prä-Prozessor oder auch ein Prä-Compiler ist ein Computerprogramm, das Eingabedaten vorbereitet und zur weiteren Bearbeitung an ein anderes Programm weitergibt. Der Prä-Prozessor entfernt dann jeglichen zusätzlichen Code, der nicht benötigt wird und wird dann entsprechend behandelt, während er nur HLSL-Code ausgibt. Der HLSL-Code wird dann an den DirectX-Compiler weitergeleitet und dieser sogenannte DXC wandelt dann alles in Spear-V um. In diesem Stadium kann CRG zusätzliche Compiler-Optimierungen vornehmen und die Kompilierleistung noch weiter verbessern. Spear-V wird dann an den Treiber weitergegeben, der es in Micro-Code umwandelt, der dann speziell auf unserer GPU-Hardware läuft. Wie Daryl bereits erwähnt hat, hat es im Laufe der Zeit mehrere Vulkan-Versionen gegeben. Mit jeder Version kamen neue Funktionen und Erweiterungen hinzu, die CRG nutzen und weiterentwickeln kann. Zwei davon wird Daryl jetzt etwas ausführlicher erläutern, die CRG in Zukunft gerne erforschen und weiterentwickeln möchte. Es handelt sich dabei um Bindless-Resourcing und die Fragment-Shading-Rate, die Fragmentschattierungsrate. Die Fragmentschattierungsrate kann als dasselbe angesehen werden wie Variable-Rate-Shading, die variable Schattierungsrate. Dabei werden im Shader Gruppen von Pixeln bearbeitet und nicht jeweils ein einzelnes Pixel. Das ermöglicht weniger Overhead im Bild. Gleichzeitig kann die Anzahl dieser Gruppen einschließlich der Größe variiert werden, zum Beispiel um eine geringere Wiedergabetreue in den Bereichen zu erreichen, die hinsichtlich der grafischen Darstellung eher unwichtig sind. Bindless-Resourcing bedeutet, dass CRG beispielsweise große Gruppen von Texturen nehmen und eine davon innerhalb dieser Gruppe greifen kann. Dadurch entfällt der Overhead, der durch die spezifische Bindung zweier Slots im Shader entsteht. Das gilt auch für andere Ressourcen, einschließlich den Puffern. Daryl wird nun ein wenig über den Videoram unserer Grafikkarten sprechen. Videoram, VRAM, wurde früher vom Grafiktreiber verwaltet, aber mit Vulkan und anderen modernen APIs wird dies nun von den Entwicklern verwaltet. Hierfür gibt es bereits externe Lösungen. CRG hat sich jedoch entschieden, eine eigene Implementierung zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass sie genau wissen, welche Ressourcen im Vorfeld verwendet werden und wie viel Speicher diese Ressourcen verbrauchen. Auf diese Weise kann CRG potenziell das übertreffen, wozu der Grafiktreiber früher in der Lage war. Da sie alle Lebenszyklen der Ressourcen kennen, kann CRG daraus einen Vorteil ziehen. Im Diagramm sehen wir, wie der Speicher ein- und ausgelagert wird, wie es früher der Fall war, als er vom Grafiktreiber verwaltet wurde. Auf der anderen Seite kann man sehen, wie Speicher zugewiesen und dann unterverteilt wird. Und CRG kann dann in die Daten dieser Unterverteilung einsteigen. Das Speicher-Paging vergangener Jahre konnte zu Leistungseinbußen führen, weil es als eine Art Einheitsgröße angesehen wurde. CRG möchte natürlich diesen Leistungsverlust und die damit verbundenen Speicherkosten vermeiden, indem sie es in diese größeren Puffer auslagern. Dies kann auch dazu beitragen, Cache-Misses zu verringern. Ein Cache-Miss ist ein Zustand, in dem die zur Verarbeitung durch eine Komponente oder Anwendung angeforderten Daten nicht im Cache gefunden werden. Ein Cache-Miss ist also ein Fehltreffer bzw. ein Fehlschlag beim Zugriff auf Daten im Cache. Und diese Cache-Misses können verringert werden. Und damit bleibt CRG die gesamte Zuweisung, Freigabe und Wiederverwendung von Ressourcen überlassen. Gehen wir zurück zu Alistair Brown, der erzählt, nach dem, was Daryl gerade erklärt hat, dass CRG beabsichtigt, mit der expliziten Speicherverwaltung in Vulkan einen Teil dieser Speicherverwaltung dem Spieler über die erweiterten Grafikoptionen zugänglich zu machen. CRG wird es ermöglichen, den jedem System zugewiesenen Speicher so zu optimieren, dass sie die bevorzugte Grafik und die Leistung ausgleichen können. So kann es beispielsweise sein, dass wir die Ausgabeauflösung des Spiels auf eine höhere Auflösung einstellen wollen, dafür aber Abstriche zum Beispiel bei der Schattenqualität machen müssen. Oder wir möchten eine niedrigere interne Auflösung verwenden und das Upsampling angleichen, um eine höhere Texturqualität zu erreichen. All diese Optionen stehen zur Verfügung und sind natürlich nur durch die Hardware begrenzt, über die wir verfügen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CRG mit dem GAN12-Renderer etwas erreichen will, das effizienter, modular und flexibel ist, die Hardware nur minimal behindert und moderne Grafik-APIs wie Vulkan verwendet. Jetzt wissen wir also ein bisschen mehr darüber, was GAN12 ist. Zum Schluss werden wir erfahren, was CRG zukünftig vorhat. CRG hat bereits eine Menge Arbeit geleistet. Die Architektur steht und sie verwenden diesen hybriden Rendering-Ansatz, bei dem sie Elemente des alten und des neuen Renderings gleichzeitig kombinieren, um einen schrittweisen Übergang zum neuen System zu ermöglichen. Alle Post-Effekte, Nebel, Beleuchtung werden konvertiert und sind nun in 3.15 standardmäßig aktiviert. Auch die Grundlagen für das Rendering von Szenen und Geometrien sind bereits vorhanden, aber es wird noch daran gearbeitet. CRGs Hauptaugenmerk liegt also im Moment auf der Fertigstellung dieses Bereichs und sobald das erledigt ist, wird sich der Fokus auf die verbleibenden Hauptsysteme verlagern, nämlich Gaswolken, das Render-Erkennungssystem und ein paar Spezialfälle für Transparenz. Danach werden sie anfangen, die zugrunde liegenden Meilensteine auf der Roadmap zu veröffentlichen. Und der erste davon wird die 100-prozentige Nutzung von Gen12 sein. Das wird immer noch DirectX 11 basiert sein, die aktuelle Grafik-API. Der zweite Meilenstein aber wird der Release der Vulkan-API sein. Diese wird zunächst optional sein und erst im Folgeschritt zwingend, und zwar nachdem CRG alle Bugs beseitigt hat. Und der letzte Meilenstein wird schließlich sein, wenn sie die Optimierungen für Multithreading abgeschlossen haben. Das wird also erst geschehen, wenn Vulkan eingeführt ist und sie sich endlich die Leistung der endgültigen Grafik-API ansehen und den gesamten restlichen Code optimieren können. Ein großer Teil der Gen12-Entwicklung hat sich auf die CPU-Leistung fokussiert. Nach Gen12 will CRG natürlich anfangen, sich mit der GPU-Leistung zu beschäftigen. Die ersten Dinge, die sie sich hier ansehen möchten, sind die Dinge, die nicht die Grafik verändern, sondern die das Framework verbessern. Dinge wie DLSS, FSR, asynchrones Rechnen und variables Shading. Nachdem sie die GPU-Leistung verbessert haben, wollen sie sich mit einigen der aufregenderen visuellen Funktionen befassen. Und dann gibt es noch den Mesh Shader und Primitive Shader, eine Technologie, mit der man prozedurale Geometrien erzeugen kann. Und diese Art von Technologie könnte für Dinge wie Planeten- oder Asteroidenfelder, bei denen prozedurale Geometrien entscheidend sind, sehr interessant sein. Und dann ist da noch der ganz große Wurf. Raytracing. CRG freut sich sehr darauf, Raytracing zu nutzen, vor allem für die Beleuchtung, zum Beispiel für die Beleuchtung von runden Geometrien, von Kugeln, aber auch für Reflektionen und Schattenqualität. Es gibt eine Menge spannender Bereiche, die CRG erforschen will und sie können es kaum erwarten, damit zu beginnen. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020